Wir sind ein Unternehmen, die alle am Bau Beteiligten zur Planungsmethode BIM zum Einsatz beraten. Ich bin begeistert, weil es genau so ein kreativer Prozess ist, wie letztendlich der architektonische Entwurf an sich. Die BIM-Welt heißt BIM-Welt, weil wir ein offenes Unternehmen sind, was alle Prozesstreiber der Planungsmethode BIM verbindet. Dadurch, dass die Modelle sprechen und wir durch Anklicken einzelner Bauteile eine Information bekommen, zu welchem System es gehört oder was es für eine Materialität hat, haben wir eine neue Sprache in der Bauwirtschaft gefunden. Es ist also kein theoretisches Konzept, was nur auf der Tonspur vermittelt wird, sondern auch wirklich Hilfe bei der Durchführung und eigentlich auch beim Erreichen der Ziele. BIM bündelt das Wissen aller an der Planung und am Bau Beteiligten in einem Modell. Die Firma Alplan stellt ein CAD-System her, was sehr gut geeignet ist, die Planungsmethode BIM umzusetzen. Neu ist das Verständnis, Daten und Informationen zentralisiert für alle an der Planung Beteiligten zu nutzen. Man kann nicht sagen, dass BIM einfacher ist als CAD-Planung, sondern genau gleich. Der Informationsaspekt, den habe ich vorher auch schon in 2D benutzt, zum Beispiel bei Räumen, die ich nicht einfach mit einem statischen Text beschriftet habe, sondern ich habe mich schon auf das Raumpolygon bezogen als Objekt und die Informationen abgerufen. Und das machen wir jetzt eigentlich mit 3D-Informationen. BIM ist die Basis für alle Innovationen, die wir in der Bauwirtschaft haben werden. Die Automobilbranche sagt, sie wird sich in den nächsten 20 Jahren so stark verändern wie nie zuvor. Die Baubranche wird das mitgehen, ohne dass sie die Entwicklung der letzten 20 Jahre durchlaufen hat. BIM ist die verbindende Sprache der Bauwirtschaft.